Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und Gratistasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also, gerne abchecken. Weiter geht es. Nächstes Footwrap Battle. Heute wieder gegen meinen Bruder. Champions League Challenge, Leute. Alle Champions League Karten werden mitgenommen. Wer am Ende mehr hat, gewinnt. Team of the Groupies Edge Karten und die anderen Road to Final Champions League Karten. Ich bin gespannt, wie immer eure Tipps. Wer gewinnt? Hashtag Till, Hashtag Lars. Ihr kennt das Ganze, Leute. Es war spannend, muss ich sagen. Es war spannend bis zum Schluss. Also, bleibt dran. Lasst ein Like, da ist ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren. Und wie immer noch gerne in den Shop auschecken. Ja, ihr wisst es. Die Nice-Designs als Pullover, als T-Shirt. So gibt es das Ganze. So natürlich auch noch. Und auch viele weitere Sachen. Checkt es aus. Link ist unten in der Beschreibung. Gratis Autogrammkarte. Gibt es wie immer dazu. Zehn Stück sind wie immer auch, ihr wisst es, limitiert. Smiley und E-Mail-Adresse ist da hinten drauf. Habt ihr eine davon zufällig bei eurer Bestellung dabei, meldet euch bei der E-Mail, die hinten drauf steht. Ich schicke euch da noch ein gratis Überraschungspaket aus meinem Shop zu. Also, checkt es aus. Wir sehen uns jetzt im Video wieder. Haut rein. Haut rein. Bis gleich, Leute. Bis jetzt. Ab geht's. So, ab geht's. 433 Formation. Let's go, Captain. Alles Formatieren, ey. Keine Sachen. Keine Icon, danke dafür. Heute wieder mal der beste Tag. Oh, scheiße, Mann. Das ist wieder... Bro, Mann. Das ist... Mann, ey, das ist scheiße hier. Ich glaube, ich nehme... Ich glaube, ich nehme James mit. Komm, James, Z-U-M. Scheiße, kann ich gar nicht einbauen. Aber ich wollte mir jetzt die anderen Positionen nicht versauen. Florenzi... Nehmen wir mal mit, ey. Hat ein Upgrade bekommen. Champions League Upgrade. Florenzi. Läuft. Z-M. Witzel, Digga. Geilen Afro hat der Typ. Kann man ja nicht sagen. Der Afro sieht fresh aus. Und, ey, der Link sogar Hammes, Alter. Stimmt's. Ja, nice. Haben wir hier den Link, so wie das sein muss. Okay, soll ich rechten Flügel schon mal? Nein, komm, nein. Die Spieler sind wir absolut broke. Na, das passt wieder alles vorne und hinten nicht zusammen. Ich sag's dir. Von Daik. So, jetzt. Jetzt gehört uns schauen, dass du... Der passt ja auch gar nicht recht. Was ist das? Eigentlich kannst du dann tun mit ihm. Manu Last würde Florenzi... Aber... Ja, aber der ist auch 86. Ja, aber Serie A einbauen, das wird wieder nix. Ich nehm von Daik mit. Das hat doch keinen Sinn. Du kriegst wieder ein Serie A gleich noch. Dann baust du wieder komplett... Das ist immer so. Du nimmst ein Serie A-Spieler mit, kriegst du nur noch Premier League danach. Dann nimmst du noch Premier League mit, kriegst du nur noch Serie A. Das ist immer nicht so... Guck mal! Sag's doch! Mann, Alter, das ist immer das selbe. Ich schwör'n soll. Nimm ihn mit. Weil hinterher bekommst du noch Sunshine oder so. Wenn du's lost. Das ist scheiße schon wieder, Alter. Ohne Scheiße. Ich hab schon wieder Chemie-Technik... Ich hab acht Ligen schon wieder drin, ey. Das ist auch wieder... Jetzt hast du Martin. Jetzt hab ich... Nee, Alter. Ja, okay, Martin ist okay. Ja, Martin ist auch halbillig. Ja, ich mach Martin mit, ey. Ey, ich hab schon wieder so viele Ligen. Das kann doch schon wieder nix geben, ey. Ich sag's dir jetzt schon. Okay, Stürmer, würd ich sagen. Komm, hör mal mal. Stürmer. Ey, kriegst du Ruhmeldung. Ey, kriegst du die Krise hier, Alter. Ohne Scheiße. Schenk-Ko-Kostner. Nimm Kane mit, aber der ist auf jeden Fall wie sicher. Ja, Kane würde mir auch nicht... Ja, aber Kane ist Engländer und Premier League. Wenn ich jetzt auf Serie A, ist mir scheißegal. Ey, 2-1. Deine Innenverteidigung ist Premier League und du gehst auf Serie A. Und jetzt hast du noch einen Premier... Premier... Jetzt hast du noch einen La Liga-Torwart. Ich kack mir die Hose, Alter. Das ist absolut die Scheiße. Ey, Bundesliga-Hardeschi. Hardeschi, nimm dir mit. Der Stegen, La Liga hab ich noch nicht. Nimm ich der Stegen mit, ey. Komm. Ich hab auch keinen La Liga, ey. Der muss auch sein. Junge, das ist das schlechteste Team überhaupt, Mann. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch das Beste, Alter. Das schlechteste Draft der Welt. Das schlechteste Draft der Welt, ja, Mann. Okay, komm. Jetzt hau doch mal was raus hier auf dem Flügel. Oh, mein Gott, Alter. Der Länge, Alter. Ey, nimm mal Dings mit. Aspas. Dann passt wieder auch wieder nicht rein. Die passen alle nicht. Ich hab kein... Aspas ist doch perfekt. Dann passt der wieder nicht rein. Das passt alles vorne und hinten nicht. Deswegen ist ich scheiße hier nicht mit Salah mit. Junge, ey. Das ist offiziell das schlechteste Draft der Welt, Mann. Ich sag es euch. Vielleicht wechseln James ja noch eben kurz spontan zurück. Dann hätte Aspas schon gepasst. Hätte echt sein, ja, ne? Oh, Tolisso. Nee, den kann ich eigentlich mitnehmen. Geht nicht. Ein Rutschern, Digga. Obwohl, der Link auch. Nee, geht auch nicht. Das Ding ist, ich kann jetzt, egal was ich mitnehme, irgendwo ist immer ein Link, weil ich hab so viele verschiedene Spieler. Aranguis, nein, nimm Aranguis mit. Nee, ich nimm Tolisso mit. Nimm Aranguis mit. Dann stell Salah gegen James rein. Nee, ich nimm Tolisso mit. Komm, mach jetzt keine Scheiße hier. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen, Alter. Link ist Mittelfeld, vielleicht. Junge, Alter. Scheiße, das passt auch wieder. Digga, oh Mann, ging sie mir eigentlich, eigentlich muss ich den Simi mitnehmen. Ist doch perfekt, ne? Was heißt, das ist perfekt, das ist doch nicht perfekt. Er ist absolut anders als perfekt. Aber egal, 68 Chemie. Alter. Ne Bar P. Der passt auch wieder gar nicht rein. Französische Liga, wir haben ja auch noch nicht am Start, Alter. Geil. Leeroy, nimm mit, Sané, bekommst du eh noch mal. Ja, eh noch mal. Welche Bar P, ne? Leeroy, ihr scheiß Chemie hinkriegen. Schlechtestes Blatt der Welt, Digga. Ich hab gleich elf Ligen am Start, ich sag's dir. Ich hab gleich elf verschiedene Ligen am Start. Uli Bali. So, planlos. Gab's auch noch nie. Mascherano, ey. Mascherano, das ist eine chinesische Liga, passt doch. Mäschische Liga, stimmt, ne? Warum haben die einen Drachen drin, Alter? Mehr Klischee geht's gar nicht. Ich stehe mir mit, Alter, Mascherano, ey. Mehr Klischee gibt's gar nicht, als ein Drachen drin, Alter. Boah, Alter. Ja, nimm, ich würd' sagen, Bale mit. Messi. Ja, ja, ja. Das heißt, dritte Champions League Karte am Start. Sieht fresh aus, Digga. Sieht schon mal wenigstens fresh aus, ja. Rest ist doch scheiße. Aber sieht gut aus. Die Bewertung ist so gut. 86er. Ja, aber wenn man Messi bekommt, ist die Bewertung auch immer gefühlt auf 89. Den Name hab ich jetzt auch noch am Start. Zack, den die Maul mal mit. Ähm, was ist denn? Aber ich hab schon 87. Ich komm mal schon. Könnt's in dem Fall dann Mbappé wieder einbauen. Was? Nee, ich hab eigentlich, die Spieler sind schon alle high rated. Guck mal, 89er Bewertung. Junge, Junge, Junge. Muss los. Digga. Das ist, also Bewertung ist nice, Mann. 89er Bewertung, sehr, sehr gut. Vielleicht komm ich auf 90, Digga. Komm mal. Hat ich noch nie, Digga. 90. Äh, damit kommst wahrscheinlich nicht auf 90. Oh, das ist scheiße. Ja, Torreira. Ja, Torreira 78er, Alter. Was ist das für ein Typ? Ja, das war wirklich der Scheiße. Ich bin Uruguay, ey, der Beste. Ey, Lil Yachty da. Maximini. Dem Sammaximini nehmen wir mit. Ah, ich bin runter auf 88er Bewertung. Oh, Hasar. Ah, das ist nicht schlecht. Wieder mal. 89. Okay, komm, wir müssen jetzt auf 90 kommen. Warte mal, wir müssen rausstellen hier. Die sind alle vor. Ich bräuchte jetzt eigentlich Pelé. Was macht denn Witzel hier? Ich bräuchte eigentlich Pelé. Ja, Pelé wäre absolut heftig. So eine Icon wäre schon mal schade. Mach mal Torreira gegen Armia. Achso, ne. Ey, ich komm nicht. Warte mal. Es wird schwer, weil ich glaub, ich hätte Masgram nicht mit ihm gesurfen, sondern jemand anderen. Wer hätte ich denn? Der High Rated Spieler. Komm, jetzt lass mal. Oh, Bruder, warum? Lama, der Beste. Lama, Alter. Grüße gehen raus ans Lama von Fortnite. Nehmen wir mal mit dir. Lama, heißt der nicht Lama. Das ist ein Lama, Digga. Das ist wirklich scheiße. Er droppt gleich ein paar bessere gute Sachen. Oh mein Gott, Digga. Was ist das denn? Ein paar bessere gute Mözil mit. Wollte ich gerade sagen, Özil. Mözil, Özil nehmen wir mit, ey. Mözil. Okay, drei Spieler noch. Jünger, pack doch mal Özil rein. Schon wieder pink. Oh, Digga. Oh, zwei Eikens. Was ist denn hier los? Petit. Hey, Petit und Zanetti, die hab ich beide noch nie gehabt. Und Roddy Alba. Und, oh Gott. Roddy Alba ist besser. Was denn, Roddy Alba? Ja, ich mein, Hummels. Hummels ist besser. Er will auf 89 bleiben, bitte. Ich glaube, Hummels ist egal. Scheiß drauf. Er hat ein Rating weniger. Scheiß drauf. 88er Gewertung. Nuss, Hummels, Özil gegen Rames, Rames. Ich hab doch die besten Spieler drin. Nein, ich hab hier die Highs Rated drin. So, zack. Ich will hier noch auf 89 hochgehen, aber das geht nicht. Scheiße, Alter. Meine Fresse, weil ich das scheiße Lama bekommen hab. Wie soll ich denn so auf 89 hochkommen? Kann ja nicht wahr sein. Oh, da geht der Fiko. Nice. Nächste Champions-Karte. Die wievielte? Vier sind wir. Nice. Plus. Zanetti ist auch noch am Start. Ihre wird draußen Zanetti. Und Lama, Lola, Kostil. Das Lama ist egal. Okay, Kostil nehmen wir mit. Naja, okay. Vier Champions-Karten. Lama ist auch noch am Start. Was für immer mehr Leute. Naja, okay. So, 5-2-2-1-Formation. Ab geht's. Pinke Karte als Käpt'n. Messi gibt's als Team-of-the-group-Stage noch. Ronaldo gibt's nicht. Kannst du Ronaldo einfach hier nehmen? Ronaldo, Digga. Ronaldo. Fresh. Ronaldo geht immer klar. Okay, rechter Verteidiger. Lala. Ah ja, Frankreich. Ja, das geht gar nicht. Was ist denn heute los, Mann? Öffentlich, würde ich sagen. Noll, da ist mal Lala mit. Kontrollers auch schon. Ja, gar kein Wort mehr, Alter. Ich sag's euch. Kontrollers schon. Gar kein Wort mehr drauf. Okay, links Verteidiger. Los. Oh, T.S. Aber damals. Geste Quartes. Geste CL-Karte ist am Start. Alle jetzt ein Upgrade bekommen. Das ist auch 87. 2. Oh, 24 Tempo. Den musst du mitnehmen. Den musst du mitnehmen. Wo spielt der, bitte? Wo spielt der? Bei Hearts of Melosian oder so. Nein, SPFL. Was ist das für eine Liga? Ist das die vierte englische Liga? Das ist, glaube ich, schottische Liga oder so, Alter. Nordirland. Nein, der kommt aus Nordirland. Ja, aber höchstwahrscheinlich spielt der auch in Nordirland. Das ist, glaube ich, schottische Liga. Ich weiß nicht, 100%ig. Egal, nehm dir mit. 42, äh, 42, sag ich schon. 24 Tempo. Ja, wollt's ihm grad ein Upgrade geben? Ich wollte ihm Upgrade geben. Einmal in der Hashtag 24 hier. Alle in die Kommentare. Let's go. Halt billiger nehmen. Ja, aber ich glaube, jetzt selber nehmen wir nicht so. Das ist ein gute Links, bislang Chemie-Technisch. Lauf Gott. Jünger, Alter. Bei dir lief's aber auch nicht so, gell, ne? Chemie-Technisch war auch Absolut. Oh, Piquet und Hummels. Nehme ich erstmal, ich würde sagen, Piquet und Hummels. Ja, muss eigentlich, ne? Obwohl, Hummels bekommt man öfter. Nein, Hummels bekommt man öfter. Nehmen wir erstmal Piquet mit dem Tor. Wen gibt's da? Oh, Piquet sogar. Vielleicht ne Icon. Mann, warum verschwendet man da? Dafür, für den Courtois. Das ist unnötig. Ich brauch schmeichel eigentlich. Boah, der linkt dein Dings, ne? Aber, ja. Oder Arsenio, der würde sogar perfekt liegen in deinem Torwart. Deinem Torwart. Okay, das heißt, du hast jetzt zwei Champions-Sieg-Karten, ne? Ich hatte vier, das heißt, du brauchst, ne, fünf, weil ich noch Icon hatte. Das heißt, du brauchst ja Minimum fünf. Chemie hab ich ja nicht mehr drauf geachtet, aber Chemie war absolut schlecht. Das ist, glaube ich, jetzt schon besser. Fred ist eigentlich perfekt, Alter. Ja, Fred ist echt perfekt. Ne, Chemie hat so 66, glaube ich. Bist du noch gar nicht dran, ja? Du bist noch ganz weit von den Fern. Ich bin ganz weit, ich hab 50. Ich brauch nur einen Spieler, der halbwegs reinpasst. Ich glaub nicht, so ein Spaß, ja, so ein Gareth Bale oder so. Oh, Messi auch noch, ey. Oder so ein Lionel Messi. Aber... Ich wollte gerade Lionel Ronaldo sagen. Sterling wär natürlich besser für die Schimpf. Nein, das weiß ich nicht. Sterling. Sterling wär besser für die Schimpf. Du hast jetzt schon drei Ping... Oh, nee, Pink wieder. Keine Icon. Nein, was? Keine Icon, ey. Was ist das denn, ey? Ja, Company. Wollt ihr mich eigentlich... Der Hartz hier hab ich gerade gelesen, ey. Du hast Company, der Link den Tor, ich ja. Okay, du hast aber jetzt schon drei, ne? Ich hatte fünf. Das ist halt bitter, man. Wenn du jetzt so eine kriegst... Glück gehabt. Das kann nicht sein, sein Money gibt's nicht, ne? Ne, Money gibt's nicht. Was auch, ne? Ne, gibt's auch nicht. Ne, ne, Man, auch nicht. Ah, doch Nehmer gibt's, Nehmer gibt's. Nehmer, ich welche von Nehmer. Alle anderen kannst du mitnehmen. Für mich hätt ich jetzt gleich besser. 88er, besserer zu nü. 88er, aber was 9er? Was ist das für ein Silberspieler? Oh, zählen die hier, ne? Ne, das sind die ... Du hast ein Silberspieler. Und trotzdem 88er bewertetdet. Es hat Naina und Messi, du hast Ronaldo und Messi das schon. Schlecht, plus David Silva, plus Piquet, plus Athea, so ist ein guter Spieler. Salah. Salah. Oh, Salah, der. Oh, Salah ist ja auch am Stahl, Alter. Aber ein nicht richtiger Salah. Ja, nicht, nicht richtig. Geh nur Salah mit. Nicht richtig, aber auch nicht halt. Immer noch auf 88. Also, du musst mal... Kurz vor 89. Ja, oh, nee. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Erzählt auch, ne? Normal, das hast du jetzt... Nein, vier. Scheiße, brauchst du eine fürs Unentschieden. Ja, hab ich vier, ja. Das ist vier. Eine fürs Unentschieden. Und Chemie wirst du wahrscheinlich gewinnen. Du hast jetzt schon fast mehr Chemie als ich. Ah, dann... Leymar. Du kannst Leymar mitnehmen. Nehmen Leymar mit, weil... Für wenige Flügel. Kann den Flügel stellen sowieso. Nein, nein, in Bezug, Benzema. Ah, ja, stimmt. Benzema, ja, gut. Oh, das war gut, okay. Okay, du hast jetzt schon... Salah, pack mal Salah rein, ne? Okay, du hast, glaub ich, jetzt schon mehr Chemie als ich. Du meinst, ja, ich hätte 66 gehabt, ne? Ja, jetzt hast du auch gesagt, ja, aber du wirst safe auf mehr Chemie kommen. Warum hast du es wieder? Oh, ich will das. Ja, ich will das Silberspiel, ja, du hast gesagt nie mit. 24 Tempo, irgendwo, oder? Ja, 24 Tempo, das ist halt immer am Schmerzen zu, ne? Aber noch bin ich noch nicht mit den Karten dran, ne? Ja, du brauchst noch eine, der eine wird eigentlich easy machen. Ja, sag dann lieber nicht, ey, weil... Ah, weiß nie. Koschelny? Komm mal Young mit, weil der ist Engländer, ne? Und dann kann man auch... Koschelny mit eigentlich, aber er hat alles nichts... Ja, 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 stimmt, weil der... Okay, Fred, wegen Manu, okay, das war gut. Okay, Papé. Ja, bringt der auch nicht, ich kann's nur mitnehmen, aber... Der wird Rose, könnte mir was umbringen. Bringt der auch nicht viel. Doch, weil wenn ich jetzt... Stimmt, warte, stell mal da und jetzt doch, schell mal rein und tausch mal Piqué und Rose. Zack. Nein, das bringt doch... Ja, okay, doch. Okay, nice. Ja, Chemietechnik... Ja, sieben Chemie, oder zwei Chemie mehr noch. Okay, das heißt, Chemietechnik hast du schon gewonnen? Ja, Junge, da ist es. Wer nimmt jetzt ein Stück auch noch direkt, die Auswahl... Wer nimmt jetzt denn mit, Alter? Dann ist, äh, Bale brauche ich nicht. Wahl der Wahl, Mann. Doch, Bale kann eine rechte Außenverteilung, Bale, kann eine Bale. Stimmt, ja. Und linkt der alles, sogar. Stell mal rein und dann packt aber, tausch Messi und Ronald. Jetzt tausch mal Messi mit Bale. Das bringt dir sogar noch Messi mit, glaub mir. Messi und Bale. Zack. Elf Chemie, Digga. Boah, Juge, so viel hat das, weil ich auch nicht gedacht. Okay, heftig. Ja, doch, weil Benzema, linkt der, perfekt. Und unten, ja, ich weiß. Wenn Bale jetzt noch Spanier wäre, ne? Boah, dann würde der David Silva komplett weglinken. Messi hätte auch noch Spanier sein. Müsst vielleicht noch die Ikone oder so? Eiken wäre jetzt richtig wichtig, weil da würde alles liegen bei dir. Aber ich glaube, das war dein letzte Pinke. Das heißt, du wirst jetzt, glaub ich, keine Pinke an der Zunge. Gündogan ist fresh, weil da können wir noch ein Grün linken. Oh, stimmt. Naja, stimmt, weil er sieht, die ist. Ah, ist doch gut. Pack mal eine Manet wieder auf den linken Flügel. Dann hast du, glaub ich, auch. Könnte vielleicht mehr Schwinge, aber Manet auf den linken Flügel. Probierst du mal, ich weiß, oder nicht? Ne, und nicht. Ja, okay. Ist ein bisschen lost. Mach jetzt mal weiter, würde ich sagen. Du hast noch vier Spieler, aber 88er Wertung sogar. Ich hab mir nie hingestellt, war sogar teilweise richtig. 88er Wertung, wie heißt, stabil. Könnte vielleicht noch 88er Blut werden. Nein, ich fass. Tarasco. Okay, drei Spieler noch. Ehrlich, ich glaube, ich sollte immer eben kurz. Aber du wirst hier nicht mehr... Aber cool, deine Chemie wird jetzt schwer, weil du brauchst halt einen Rechtsverteidiger. Am besten aus der La Liga, am besten Spanier. Den kriegt man aber eigentlich oft. Aber von daher brauchst du nur noch einen guten Rechtsverteidiger. Dann haben wir es eigentlich schon. Dann hast du es voll hier. Dann warst du das zu seinem Graf, ja. Ich mach das zu meinem Graf, ja. Das war doch mein Graf, ja. Das hat doch jeder gesehen. Okay, die letzten drei Spieler, let's go. Gewonnen hast du jetzt schon. Spannung ist mal wieder bis zum Schluss on fire. Und der Chemie würde schon noch gerne besitzen hier an der Stelle. Ist egal, wenn du mit dem Lebensverteidiger... Ja, es ist egal, wenn du mit dem Lebensverteidiger... Scheißegal, oder die Chile, scheißegal, okay. Zwei Spieler noch, letzte Chance. Letzte Chance auf einen Rechtsverteidiger, der nicht nur auf 100 bringen könnte. Boah, Delabella ist Linksverteidiger. Das ist bitte, aber warte, nimm mal mit. Könntest du vielleicht hinstellen, direkt. Okay, vielleicht, nein, weiter zu. Ich könnte Company, Company könnte ich gegen Piquet tauschen. Nee, das bringt nichts, nein. Das bringt nichts, nein, das bringt nichts, nein. Nimm mal Delabella mit. Wäre natürlich perfekt, wenn der Rechtsverteidiger wärst du, glaube ich, auf 100. Digga, what the fuck, Alter. Du bist so ein Spaß hier, ne? Wetten der anderen hätte sogar noch mehr gebracht. Weiß ich nicht, aber nein, kann nicht sein. Premier League Torwart müsste eigentlich schon was... Müsste eigentlich jetzt alles bringen. Ja, Premier League Torwart oder Testegen halt, ne? Premier League Torwart, Testegen bringt gar nichts. Deswegen würde, glaube ich, auch ein bisschen... Premier League Torwart einfach, habe ich auch nicht. Geil, ey, wenn man einmal... Du mit David Soria mit, der könnte vielleicht drei Chemie nochmal bringen, aber ich weiß es nicht, 100%. Nee, bringt gar nichts, nee, weil Company nur einen Link hat. Na, egal, der Rest hat er auch nichts gemacht. Aber du gewinnst ja trotzdem, du bist zwar nicht auf Wunderschmien. Also, vielleicht könnte ich mal Ne rein tun, ich weiß es nicht. Naja, Digga. Aber du bist trotzdem auf Wunderschmier, du bist nicht auf Wunderschmier, was er trotzdem gewonnen hier. Dieses Champions League Draft geht an dich. Ja, Mann, aber Wunderschmier hätte ich gerne noch irgendwie gepackt. Ja, schade, Mann, aber trotzdem nice. Das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Dein Team war zehnmal besser als meins. Meins war ja so scheiße. Checkt Wimmer noch gerne meinen Shop aus. Ihr wisst es, für die nice Designs als Pullover und als T-Shirt. In diesem Design auch noch und noch vieles mehr. Gratis Autogrammkarte, ihr wisst es, gibt es auch Wimmer zu jeder Bestellung dazu. Zehn Stück sind wie immer limitiert, haben hier hinten so ein Smiley und eine E-Mail-Adresse drauf. Wenn ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei habt, meldet euch bei der E-Mail, die hinten draufsteht. Ich schicke euch dann noch ein Paket aus meinem Shop zu. Also gerne abchecken, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Seid die Besten. Haut rein. Bis morgen. Ciao.